Wenn man über Narzissmus spricht, wie ich es mit diesem Kanal betreibe, dann kommt man meistens auf sehr spirituelle Menschen, die erklären, das ist meine Dualseele gewesen. Andere würden es als Seelenpartner beschreiben. Man findet auch viel Gegenseite in Leute, die zu Gott gefunden haben in dieser Sache, weil es ja auch eine Art dämonisch unerklärbare Sache ist, mit der wir es zu tun haben, die gegenüber von uns ist. Und diese Seelenverwandtschaft, da hatte ich neulich eine Erkenntnis, die ich leider nicht mehr weiß, habe aber jetzt recherchiert und möchte euch hier zu schnell was vorlesen. Und jeder kann sich seine eigene Meinung dazu natürlich bilden. Ich kann es natürlich nur aus der männlichen Perspektive beantworten. Ich denke aber, es ist nicht geschlechterspezifisch. Diese Leute haben einen bestechenden Charme und wissen, wie man richtig manipuliert. Zum Beispiel ist eine Person auch attraktiver, gerade wenn sie etwas emotional distanziert wirkt. Das gewisse, du musst erfragen, was los ist. Das ist kein offenes Buch, diese Person. Dadurch wirkt sie erhaben und man versucht, dieses Vakuum, das zwischen den beiden besteht, zu füllen. Das ist eine typische Taktik für den Narzissen. Verletzt spielen, sich undeutbar und geheimnisvoll geben und das Gegenüber raten lassen, was in einem vorgeht. Schuld zu weisen. So versucht man ständig zu reparieren und zu heilen und näher zu kommen und die andere Person hält quasi die Karotte am Stock immer etwas weiter weg. Ja und dieses Bild könnte, glaube ich, auch nicht anders sein. Was anfangs da war, ist die Karotte, die dann aber immer unerreichbar für einen wird, bis man letztendlich daran zerbricht und aufgibt. Und darauf gehe ich gleich noch näher ein. Diese Verhaltensweisen kommen aber alle von tiefer Unsicherheit und Angst. Daher rührt vielleicht auch das Bedürfnis, sie heilen zu wollen. Nur lässt man dadurch außer Acht nicht selber in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Das Ding ist aber, man bindet sich immer an genau die Person, die gerade relevant ist für die gegebene Situation, für den gegebenen Zustand. Es ist nicht Gut und Böse oder Opfer und Täter. Die Unsicherheit, die ihm gegenüber wohnt, wohnt in einem selbst. Deswegen fühlt man sich in diese Person rein und fühlt sich angezogen. Anders kommen solche Beziehungen nicht zustande. Das hört sich nicht schön an, aber dieses Opferdenken, wieso gerate nur ich immer an solche Männer oder Frauen, ist das deutliche Zeichen, dass man in sich noch unbewältigten Ballast trägt. Und ja, den habe ich. Und ja, das gebe ich auch offen hier zu. Und ich schätze mal, ich werde damit viele von euch genauso jetzt entlarven, die mittlerweile gemerkt haben, dass ihr Elternhaus vielleicht davon betroffen war, dass ihr Umfeld vielleicht so war. Oder dass sie früher Traumata erlitten haben, die immer noch im Kopf rumschwirren, die sie aber verdrängt haben, die aber noch tief im Unterbewusstsein sind. Und wir wissen ganz genau, dass Narzissten sowas in dir lesen. Sie lesen es in dir und verwenden es dann gegen dich. Sie wissen dann genau deine Triggerpunkte und gewisse Sätze oder so, die in dir Sachen auslösen, weil sie früher bei dir schon Sachen ausgelöst haben, von denen du dir vielleicht gar nicht bewusst bist. Aber letztendlich haben wir am Schluss auch Eigenschaften von dieser Person übernommen, weil sie genau bei uns platziert worden sind. Ihr Gemütszustand, ihre Sorgen, ihr Kummer und alles Mögliche. All das, was sie eigentlich sind, was sie aber mit einer Maske oder mehreren versuchen zu verschleiern und zu verstecken. Ich meine, ich erlebe das ja mittlerweile an allen möglichen Ecken. Ich lese eure Kommentare an der Stelle. Danke für den Support. Und wenn ihr dieses Video weitertragen wollt und ihr weitere Menschen retten wollt und mich auf dieser Mission unterstützen wollt, dann lasst mir gerne einen Kommentar da. Wie war das bei euch? Habt ihr selber noch Baustellen in euch, die euch jetzt bewusster geworden sind? Und war das der Erste oder war das einer von vielen Narzissten? Und war es für euch wirklich der Seelenpartner? Das würde mich in den Kommentaren gerne mal interessieren. Ich würde mich gerne mal wieder mit euch allen unterhalten und eine große Beteiligung würde mich freuen. Dann habe ich wieder Leuten, denen ich vielleicht auch in den Kommentaren weiterhelfen kann. Oder vielleicht schaust auch du mal in die Kommentare und findest dort Antworten auf Fragen, die du dir noch nie gestellt hast oder vielleicht gerade stellst. Ich erlebe es leider momentan tagtäglich, die Nachwehen so quasi. Ich kann dieser Person nicht ausweichen und ich kenne auch eine Person, die mittlerweile, also eine Narzisstin, die bei zwei Leuten wohnt. Sie wohnt in ihrer eigenen Wohnung mit ihrem Ex-Ex und wohnt bei einem nächsten Supply, beim Next oder Next kann es ja nicht sein. Das ist eher der gleichzeitig in seiner Wohnung. Jetzt stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor, so ein Leben. Ganz ehrlich, weil wie willst du das organisieren? Alleine die Namen sich zu merken und ihr merkt gerade, es ist schon fast sarkastisch zu sehen und hiermit will ich niemanden triggern, der ein tiefes Trauma in sich trägt oder momentan noch in dieser Sache sehr emotional drin steckt. Aber wenn du dir das mal anschaust, du musst dir die Namen merken von deinen Lovern, du musst ihre Vorlieben wissen, ihre Hobbys, ihre Familie, da wieder die Namen und alles, was da mit einhergeht. Und da kannst du dich doch ganz leicht verzetteln, weil du hast nebenbei als Narzisst ja auch einen 9-to-5-Job und Dinge, wo du da sein musst, merken musst, alles. Wie managst du sowas? Und ich weiß, dass diese Person jeden Tag einen von den zwei anrufen muss, muss wirklich und irgendwas erfinden muss, aus der Luft greifen muss oder halt, da sie sein Trauma weiß, alte Sachen hochbringen muss, wo sie weiß, das funktioniert. Oder halt Sachen, wie gesagt, erfinden mit Schuldumkehr, warum sie heute nicht zu ihm kommen kann, warum sie heute nicht bei ihm schläft und warum sie erst morgen wiederkommt. Und dann muss sie natürlich auch ein Alibi haben oder einen gewissen Backup-Plan, wo sie denn dann übernachtet. Ist sie dann mein Bruder? Ist sie dann mein Freund? Man weiß es nicht. Aber allein das stelle ich mir sehr, sehr stressig vor, dass du das jeden Tag organisieren musst, damit es nicht auffällt, dass du gerade mit zwei oder drei Typen am Start bist. Ich finde, das ist kein Lebensinhalt. Ich würde sowas nie machen und ich finde es echt schockierend. Monogamie ist ganz weit weg momentan, ist sehr, sehr weit weg. Aber ich will nochmal zurück zum Thema natürlich. Also wir haben alle wahrscheinlich unbewältigten Ballast noch in uns. Das heißt nicht unbedingt etwas Schlechtes. Das heißt einfach nur, dass man eben dort ist, emotional. Dann zieht man auch mal eine bipolare Person in sein Leben. Also bipolar meine ich jetzt nicht diese Störung damit. Ich lese weiterhin diesen Kommentar vor. Aber eine Person, die eben Mr. Jekyll oder Dr. Heiß ist. Also man weiß nie, oben oder unten, gut oder schlecht, was hat sie heute für eine Laune, was ist heute mit ihr los. Also man muss differenzieren. Psychopath ist nicht gleich Narzisst oder Borderline-Persönlichkeit oder sonstiges. Es gibt da klare Differenzen. Aber man kann seinen eigenen emotionalen Abstand ziemlich gut erfassen, wenn man seine letzten zwei oder drei Beziehungen evaluiert. Ja, ist da ein Muster zu sehen? Hast du immer ähnliche Leute angezogen? Oder war da vielleicht echt mal eine gesunde Beziehung dabei und du hast einfach mal eine falsche Abwägung genommen? Und auch hier will ich nichts verharmlosen. Aber das würde mich auch mal sehr interessieren, ob du immer schon wieder in solchen Beziehungen warst oder ob du eigentlich mental fit bist und durch Zufall in sowas gelandet bist. Ich weiß es nicht. Und deswegen frage ich euch. Also wenn du häufig in solchen Beziehungen gerätst, ich lese weiter vor, dann ist das einfach nur der Stand, wo du emotional stehst oder die Behandlung, die du glaubst zu verdienen. Hier sehe ich ganz klar Kindheitstrauma. So, da hast du einen sehr geringen Selbstwert. Da hast du viele Sachen, die in deinem Kopf schlummern. Und dieses Kindheitstrauma mit dem Vater, das muss sich fast nochmal aufrollen. Da gibt es schon zwei Teile. Ich werde dir am Ende vom Video ein, zwei davon verlinken. Kannst du dir sehr gerne anschauen. Ist sehr wichtig für deine Aufarbeitung und für deine Heilung und für den Abstand. Aber gerne, wenn ihr da einen weiteren Teil wollt, dann macht es vielleicht unter diesem Video. Die heißen beide die Langzeitfolgen von Narzissmus. Dürftet ihr ganz leicht finden auf meinem Kanal. Aber ich lese weiter vor. Demnach ist es eine Frage des Selbstwertgefühls. Wenn dich das in hohem Maße stört, dann musst du beginnen, in Klammern am besten aufschreiben, den Partner zu definieren, den du dir wünschst, so detailgenau wie möglich. Und dann beginnen, eben diese Eigenschaften in dir selber zu kultivieren. So gewinnst du mehr Kontrolle und mehr Bewusstsein darüber, auf wen du dich einlässt. Und ja, hier habe ich einen Punkt, den ich seit längerem jetzt schon praktiziere. Wünsche, Träume, Vorstellungen oder auch alte Sachen, die mich beschäftigen. Alte Traumas, alte Gedanken, die ich nie aus dem Kopf kriege. Journaling. Schreibt euch diese Sachen auf. Schreibt euch auch Sachen auf, für die ihr dankbar seid. Das ist einfach fürs Mindset gut und für deine positive Art, die du hoffentlich wieder an den Tag legen willst, wäre das auf jeden Fall nicht schlecht. Aber schreibt euch das auf. Dann könnt ihr auch das viel besser ausmalen. Ich meine, wenn du jetzt ein Träumer bist und du sagst, ich hätte so gern ein Haus irgendwo in, was weiß ich, ich hätte es gern in Florida. Dann kommt sowieso Oversinking mit rein. So, ja, da gibt es Hurricanes, ja, Krankenversicherung, wir wissen es alle. Ja, da gibt es keinen Berg, der ist höher als sechs Meter. Und wenn das Klima so weiter voranschreitet, dann ist dieser Kontinent, äh, dieser Kontinent, dieser Staat bald nicht mehr da. Da gibt es viele Gedanken. Es gibt aber immer noch Leute, die leben das einfach. Es gibt immer noch Leute, die machen das einfach. Aber bei uns Überdenkern und alles, wäre es halt einfach mal wichtig, die Sache aufzuschreiben. Weil sonst springst du auch rum. Nee, jetzt will ich gern meine Ruhe irgendwo in Schweden. Ja, naja, momentan wäre es doch in Ungarn gar nicht schlecht. Ich schaue gleich mal auf eBay Kleinanzeigen. Ja, und so kommst du nie in die Umsetzung. Und so bleibst du in diesem Punkt. So, negative Gedanken wiederholen sich und wiederholen sich. Und ich glaube, ich war mit dem Zitat noch gar nicht fertig. Also bei dem Aufschreiben. Ich rede hier nicht von äußerlichen Eigenschaften wie Scham, Intelligenz, sondern mehr Selbstliebe, Empathie, emotionale Reife. Je nachdem, was du persönlich glaubst, was dir zusteht. Desto mehr du diese Eigenschaften Teil deines Wesens werden lässt, desto eher fühlst du dich von dieser Art Mensch angezogen. Ja, genau das praktiziere ich aktuell. Das habe ich euch auch schon gesagt, dass es sehr, sehr wichtig ist, am Selbstwert zu arbeiten. Am Selbstbild mit deinen Gedanken. Was lässt du rein? Deine Gedanken hast du reingelassen. Die haben auch andere Leute da reingelassen. Aber deine Gedanken bist nicht du. Und du kannst auch gerne mal den Türsteher sagen, hey, was war denn die letzte Zeit los? Aber du bist ein wertvoller Mensch. Und dann schreib dir auch mal deine positiven Sachen auf. Oder hör dir mal die Komplimente anderer an. Ich rede es ganz klar an Leute, die ein früheres Trauma mitgenommen haben oder eine Langzeitbeziehung mit so einer Person hatten. Hör mal zu. Die Leute loben dich. Du kriegst Sachen, aber du nimmst es nicht an. Aber ich glaube, das wird ein Teil von dem nächsten Video. Also bleibt gespannt. Ich freue mich, dass ihr euch das angehört habt. Ich danke auch, wie heißt er? Timo 86 von gutefrage.net. Aber er hat es recht gut geschrieben. Also Seelenpartner oder Abhängigkeit, das müsst ihr für euch selber entscheiden. Da will ich mich nicht einmischen. Bei mir war es ganz klar kein Seelenpartner und eher eine Abhängigkeit. Und die ist für mich ganz einfach zu erklären, indem dir immer wieder, also du hast schon den Hauptpreis, wo du dachtest, ihn zu haben. Also sie wirkt schöner und attraktiver. Das stimmt wirklich. Du hast diese Sache. Du denkst, du bist angekommen. Du denkst, du kannst damit dieser Person eine Zukunft aufbauen. Und dann wird dir das Stück für Stück entnommen. Wie die Karotte an der Angel. Du läufst und läufst. Und egal, wie du dich anstrengst, du kommst nicht mehr dahin, wo es mal war. Und dann holst du ihn nochmal richtig aus. Es geht nochmal kurz nach oben. Und bam, ist diese Beziehung beendet. Und diese Fragen und das, was da zurückbleibt, auch die Sachen, die dich innerlich dermaßen gebrochen haben. Und da gibt es auch noch viele. Das bleibt dann. Und dann willst du aber diese Anfangsphase immer noch haben, weil dann bist du wegen dieser Person so am Boden. Und dann machst du einen Entzug durch. Und dann willst du aber da eigentlich auch nicht mehr hin. Und keiner von uns will da hin. Und wer da gerne hin will, kann mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Aber wer sowas schreibt, ist wahrscheinlich selber von dieser Seite. Und wir sind auf der guten Seite. Und das sage ich ganz offen, egal wer sich jetzt dagegen sträubt. Und ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Du bist kein schlechter Mensch. Du wurdest nur falsch auferzogen, falsch platziert. Mit dir ist falsch umgegangen worden. Aber du musst dir jetzt und du solltest dir jetzt bewusst werden, was du bist, was du kannst, was du ausstrahlst. Und dann wäre es Schritt für Schritt diese Person. Du bist schon diese Person. Du hast nur momentan so viel Nebel um dich herum, dass kein Nebelscheinwerfer dieser Welt helfen würde. Das würde ich dir heute Abend mitgeben. Einen schönen Tag. Morgen ist Feiertag, glaube ich. Egal. Bis bald. Und Peace.